Hahahaha Ehehehehe Ehehehehe Warte ich speichere mal eben Ah ne Mach erst geh jetzt zu Omi Speicher du erst und dann speicher ich Hallo Omi Hallo Omi Ehhh 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 Jetzt darf ich speichern Ok Ähh Speichern Ich speichere mal alle 5 Dinger durch Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir nicht mehr irgendwo zurück müssten Ich hab eben noch save Die sind nämlich bei dem ganz Bei dem Feuertypen da Alles gesaved Ja natürlich Safety safe Safety 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 Ja Gibt's hier denn eine Münze Ah Gibt's hier denn eine Münze Du bist auch der Münze Münze am Arsch Oh geihl Level geschafft jetzt muss ich bei der Omi speichern definitiv Denitiv ja wenn du zu weit aus dem bilden der ist wieder da du musst du mitnehmen oder drunter ja genau das nimmt die banane mit ich will nicht zu weit zurückgehen ja das bild war gerade ausgeschaltet eine banane nur noch gibt es leben schon dazu bekommen hat er bei dem sprung auf die biene wir können mich mal kannst du mal hoch springen ich habe noch eine münze ich habe nur noch eine münze warum das denn aber ich abgestürzt bin ja ich glaube schon naja komm ich probiere es aus ich hatte keine ahnung wieviel leben ja aber vor allem ich habe nicht mehr nach vorne gedrückt und der ist aber weitergegangen der arsch bleibe ich denn ein jetzt habe ich zwei ja bei mir leckt das nicht jetzt nicht mehr so gemein immer wieder die tue meinst du nicht der macht der wirbelwind mit dir ja mit dir macht der wirbelwirbel in den arschgewirbel ja in den arschgewirbel naja in den arschgewirbel naja in den arschgewirbel naja aaaaaah ja vam fix die haben wieder hihihi hab ich da hättest du echt abstürzen müssen grad bin ich hallo hallo naja hallo hallo Sprech mit dir nicht mehr. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Telefon? Nein. Ah, schau auf. Hallo, Telefon. Nein. Telefon. Abstürzen. Oh, ho, ho, ho. Abstürzen. Abstürzen. Sterben. Verrecken. Doch. Ne. Wenn das so weitergeht, komm ich nicht nochmal rein. Was machst du da? Das war knapp, Eben. Meinst du nicht, Eben? Nö. Was ist denn das Problem? Keine Ahnung. Oh, warum ist er nicht abgesprungen? Das war echt schlecht, Eben. Gut. Nein, nicht. Ach so? Ja. Kannst du nicht mal verrecken, Eben? Boah, nein. Ich will gerade nicht verrecken. Ich will aber dazu verrecken. Ja, das war mir... Ich verreck's sowieso gleich nochmal. Oh. Ich hab's nicht. Wie glaub ich, dass du's nicht schaffst. Warum auch immer. Warum bist du so frech zu mir? Weil ich das immer bin. Genau so wie du zu mir. Ne. Den, 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 den. Oh, die Bonuslevel müssen ich... ...würde ich auch mal machen bald. Ah, verlack'a. Leicht. 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 Bäm. Bannam. Bamm. Baschung. 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 Warum kannst du nicht abstürzen? Maul, du. Ach, da hinten wäre ich das Ende gewesen. Hm. Einmal kann ich noch. Ja, klar, ich kann auch noch einmal. Sicher. Ne. Doch, klar. Und warum meinst du, dass ich gleich abstürze, oder wie? Ja, Centus, da brauche ich nicht drum rechnen. Halt's raus. Arschung. Guck mal, 51. Ja, du schaffst auch noch 100. Wie das Bild nie hinterherkommt. Wie das Bild nie hinterherkommt. Autsch. Aber nur bei dem Level gerade irgendwie. Oh. Das habe ich eben echt gut gemacht. Mh. Ui. Hallo. 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 Bodom. Autsch. Alles deine Schuld. Nee. was ist denn los centus auf einmal passiert musste ich du bist so gemein zu meiner geht doch da hätte ich dir mit abgeworfen ja 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 tschüss